Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben erst mal Ihre Schlafstelle kennengelernt. Da sind Sie drei Tage drinnen geblieben. Da, wo Sie das kannten, durften Sie auf die Plattform, hier hinteren Teil der Anlage, zwei Tage. Und jetzt dürfen Sie die ganze Anlage nutzen. Das tun Sie auch mit Begeisterung. Mittlerweile schwimmen Sie ganz toll hier vorne im Graben. Das sieht echt super. Das ist in der Kamera. Geht aus? Ja.